und willkommen bei part 22 und ja wir sind jetzt hier bei diesen frazen oder totenköpfen so und komm her hüpfen nicht weg weil irgendwann kriegen die ja vorher wieder und dann sind die wieder genauso nervig wie sie ihn doch richtig an mein gott diese hüpfen so da ist wieder so ein auge und ein verdreht ja dieser korridor ist völlig verdreht na wie ich habe auch augen hallo nicht aber ja obwohl er verdreht waren wir immer auf dem boden irgendwie acht auf die schatten der kreaturen die an der decke hängen und diese kreaturen hasse ich so und wir haben ja noch ein schlüssel deswegen kommen wir hier rein die die team und da war eines dieser lichter dass wir aber auslassen müssen und warum sind wir keine krüge ich will nicht in den nächsten raum ja da will ich übrigens nicht runterfallen ich weiß nicht ob man da überhaupt runterfallen kann weil die gegner können ist glaube ich nicht ja aber ich wette ich würde da unterfallen können aber ich glaube mir ist es auch noch nie passiert dass ich auf diese mitte getreten bin so stirbt du krieger komm her so ey ich hatte mein schild aktiv wieso hast du mich getroffen ich brauche ein herz ich brauche ein herz ganz schnell weil da jetzt sind zwei krieger und schrecklich ich habe angst wo ist der zweite erst mein herz so ihr fiesen ja klar komm 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 lass mich doch in frieden alter hau ab hau ab ich habe dir nichts getan überhaupt nichts gar nichts alter geh mal weg lass mich doch einfach in ruhe machen ich will doch hier nur weg so einer schon mal weg und ich will ein herz weil ich werde gleich ein herz verlieren ich sehe es kommen ja so alter war ich total angespannt so jetzt komm her du feigling jetzt sagt bloß der andere ist wieder lebendig oh nein der andere ist wieder lebendig ich war zu langsam und oh mein gott wie das gerade ruckelt ich hoffe das liegt nicht an der aufnahme oder wird sich nicht in der aufnahme negativ auswirken so den müssen wir jetzt ein bisschen schneller besiegen ansonsten wird der andere gleich wieder lebendig meine nerven ich werde zu alt für sowas so den raum haben wir so gerade noch überlebt ich hoffe ihr hattet euren spaß weil ich hatte ihn ganz sicher nicht alter der feenbogen ja wir haben ein neues item die 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 und den rüsten uns direkt aus und jetzt weiß ich gar nicht mehr aus welcher tür wir gekommen sind deswegen gehen wir erst mal ihre ok das ist die falsche tür hätte ich an teppich erkennen können war es mir aber zu spät eingefallen so jetzt gehen wir erst mal wieder ein raum hier zurück na wo bist du ach du feigling ach du feigling ach du feigling ach du feigling ach du dumme so wir zielen von hier unten und haben den oerlicht abgeschossen wenn er bild war und dann wird das bild vernichtet und er kann nicht mehr das bild zurück genauso wie hier und jetzt ist er in dem bild gefangen und jetzt muss er raus kommen und wir können ihn jetzt ja vernichten besiegen oder wie auch immer und er macht sich unsichtbar und jetzt kommt da und wir können ihn abknacken und ja leicht aber es dauert halt so die 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 doch kommen doch her so hallo wir haben nicht den ganzen tag zeit aber wie oft denn noch so und er lässt feile fallen die ich jetzt auch ganz schnell holen gehen und wir bekommen eine kiste eine kleine klitz klitz klein so die 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 und jetzt öffnen wir noch die kiste und dann gehen wir weiter und ich hoffe einschlüsse perfekt ja eigentlich wird es jetzt ohne dass ich großartig spoilern will noch mal genauso langweilig weil wie man an dem teppich und an der raumgebung erkennt ist sie auch begeistert und zwar ein blauer ansonsten ist alles gleich so und hier noch mal zack dududu komm her watch out ja so hier sind krüge aber mit denen können wir nicht viel anfangen und voll ins auge habt ihr das gesehen kom her zeigt sich vor daneben wir drehen und kreis und jetzt sind wir gleich hier fertig ist doch wunderbar so hey das war ein headshot das habe ich gesehen hallo du cheater und diesmal eine große kiste und da kann ja noch eine sache drin sein der kompass jetzt siehst du auf deiner karte alle schatztronen dieses labyrinths so jetzt gehen wir hier die treppe bis zum ende und uns fehlen noch skulptur als einige so achte auf die schatten der kreaturen die an der decke hängen ich weiß bescheid so lass mich hier hoch weil mit den kreaturen ist nicht zu spaßen ich hatte mal einer erwischt und dann ja ach du blödmann so mein gott wir haben keinen schlüssel mehr was soll das denn was soll das ja ich meine ich hätte doch alle eingesammelt egal wir haben unseren kompass ja 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 verdammt so dann gehen wir irgendwie erstmal zurück ich habe eigentlich ja keine ahnung was ich mir gedacht hat bei dieser schlechten aktion so ja das kostet jetzt natürlich zeit dann glaube ich wenn wir noch ein bisschen länger in diesem tempel abhängen müssen und ja wir sind wieder in dem krummen raum und diesen krummen raum werden wir aber jetzt gehöre ich entkrümmen und zwar mit einem trick so erstmal ach da headshot aber das ist bei den dinger nicht schwer ich meine jeder treffer ist ein headshot so zweiter headshot dritter headshot wir schießen mich jetzt das auge ab und tada tata der raum ist gerade mal gucken wie ich wollte eigentlich nicht die leiter benutzen denkt das ist ja total höchstlich hier ist jetzt erst mal der master schlüssel das ist nicht die vierte kiste die in den nächsten dann schon immer sein wird der master schlüssel jetzt kannst du endlich jeden raum betreten in dem der endgegner lauer oh mein gott ich hasse euch so in dem raum gibt es nichts mehr deswegen haben wir ab wir müssen die gegner vorher besiegen und den raum kennen wir sicherlich noch mein gott du hast mundgeruch haben ab das haben die wirklich weil wenn die so schnappern dann ist da grünes zeug das aus deren mund kommt jetzt mal die kultur und ein herz das brauchen wir nicht hat trist uns hier nicht ich würde ich anvisieren so einmal zweimal ich mag den bogen hier ist nichts ich traue ich dir ach so ja wir gehen erstmal hier rein und oh mein gott ich hasse die dinge die hängen nämlich an der decke und wenn die runterfallen greifen die uns und schmeißen uns irgendwie am anfang des tempels und das ist total nervig und diese kleinen dinge können uns wie aliens befallen so ans gesicht und saugen sich fest und ja dann wachsen die danach ist total widerlich ich mag die die und hier ist der schlüssel den wir noch brauchten und jetzt können wir den ganzen weg noch mal neu dahin laufen die die tüte aber wisst ihr was da wir den weg dahin schon kennen beende ich hier die folge und wir sehen uns beim nächsten part dann wieder hinten wo uns beim letzten mal der schlüssel gefehlt hat weil das muss ich euch ja echt nicht antun es sei denn ich sterbe dann sage ich euch bescheid